Muss ich nur ein oder so was ausdenken? Ja, das ist doch gar nicht witzig! Doch, ne? Könnt ihr das einfach auch machen? Egal was ich sage, dass ihr einfach mal laut lacht. Das ist eigentlich ganz geil. Ich muss mich so ein Comedian fühlen, also ein Erfolgreicher. Oder wie dein Sitbox früher, Friends und so, irgendeiner sagt, was stolpert. Guck mal Linus, der hatte gestern schon Sex zum ersten Mal. Das ist nicht witzig, das ist eigentlich ziemlich traurig. Linus ist nämlich schon 49 Jahre alt. Jerry Durge hat zwar nie ein Gameboy besessen, spielt euch jetzt trotzdem was von seinen Lieblings-Gameboy-Spielen vor, den er noch nie besessen hat. Oatas, Outschsage, Oors of Dresden Aber, wir sind jetzt mal über den Gäste, der soll Tabernur weder geben. Jetzt, jetzt wofür weich auch von seinen Lieblingspielen. Schöne Waffe, wir haben die Zeit. Das haben wir und wir haben die Zeit. Das haben wir in den Gäste. Nein, das haben wir auch in den Gäste. Okay. Tobi ist gerade nicht da. Hast du Dieter Wohlen gesappelt oder was ist das? Ja. Wollen wir noch einen Song spielen? Ja. Ist das okay? Okay. Der nächste ist zum Mitsingen. Okay. Was? Oh Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020